servus leute und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge resident evil hier ist euer benny von der wikingschmiede und ja in der letzten folge hat mal wieder daddy wieder gemeint hat er muss uns mal wieder den schlüssel klauen jetzt heißt jetzt müssen wir gucken wie man irgendwie an den schlüssel kommt wenn daddy der schlüssel hat weil wir nicht raus gelangen hätte sterben wollte er mit der pistole ja nicht ja es gibt auch neue informationen ich bin jetzt gerade momentan gerade bei noch einmal neuer rechner zum gucken weil mein alter rechner macht das momentan leider gerade nicht mehr mit gerade zur zeit weil der rebelliert gerade momentan ein wenig der sich der durch her mit den aufnahmequalität wo ich dann gerade macht momentan wieder nicht mehr und da muss ich jetzt einfach gerade momentan ein wenig gucken ja weil momentan ist es ja auch gerade nicht einfach irgendwie an pc bauteile kommen weil groß und ganze immer standard pc wäre wahrscheinlich nicht weit kommen und dann werde ich da mein cousin frauen ob der mir dann eventuell ein pc zusammenbauen kann und dann werde ich mir dann mit meinem cousin zusammen eine rechner zusammenstelle und dann werde ich dann endlich auch mal sagen können durch her ich kann dann irgendwann sagen kann dann irgendwann bessere videoqualität liefer und definitiv dann auch irgendwann mal live streamen weil das im prinzip mein alter pc ja wirklich nicht mehr verpackt und ja muss ich mich jetzt mal wohl oder liebe ich danach umgucken und ja auf der einen seite frei mehr auf dass das jetzt endlich mal eine pc herkommt und dann machen wir hier mal weiter mit dem ganze geschichte und dann gehen wir mal durch die tür oja jetzt sind wir wohl und lieblich im zerlegungsraum was ist denn jetzt geht es los das ist meistens immer so, immer immer irgendwas ist hier kommen wir da durch die Tür ok da kommen wir durch die Tür, naja nee warum geht jetzt die Tür zu? ich will jetzt zwar nichts sagen aber ich habe ich möchte ich möchte da nicht hin weil der der guckt schon so komisch vielleicht kommen wir irgendwie ins mikro ja aber ich ne ne wir machen mal die Tür zu weil nicht dass da unser Deputy nachher meinte muss da haben wir noch eins auf die wenn es auf die Nerven geht hier oh man, 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 was ist das für ihr da? uh er da es gerade hat doch gerade irgend irgendwas okay der hundekopf hängt hier verdächtig irgendwie dran nein 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 na gut jetzt erstmal ob man da irgendwas findet schießpulver aber wie kommen wir daheinander durch die solche türe durch da brauchen wir bestimmt wieder wo man bestimmt wieder daheim so ein schlüssel wo daheim passt bevor ich aber den hundekopf daheim kannst du machen was du willst ich möchte stärke die muskelkraft enorm und erhöhen die maximale gesundheit wirkt dauerhaft kommt bei uns mal da hat er uns richtig rein so jetzt bin ich da jetzt kann es losgehen ok wenn die was machst du schon wieder du kommst hier nicht raus aua zack alter schwede ja gut zack jetzt haben wir das gibt es so nicht junge was steckst du ein lass mich lass mich lass mich lass mich aus lass sitz mach schlatz lass mich entweder kettensäge ich will an die kettensäge ja wie komm ich an die kettensäge wie komm ich an die kettensäge wie komm ich an die kettensäge Ja, Heberzucker, hey. Gucken wir mal an die Kettesäge hier. Oh, nee. Oh, nee. Das ist nicht gut. Jo, let's, let's go, ja. Ein bisschen durch. Oh, nee. 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 Oh. Oh, nee. Oh, nee. Zieh, zieh, zieh! Oh, komm, Schalk! Komm! Mach dich blatt! Which, yeah dude? Ooooooh, trage mich! Oh, komm, jetzt setz dich ab, aber! Ja, das ist das ist das ist das ist, das ist das ist was. Huuu, zicken! Nach dem Motoren dreht an! Hu, 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 die muss immer durch. Ja. Oh! Uh! Was ist gut? Du wirst mich nicht so gut um. Aua! Atage! Aaaaaah! 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 Do fast yourself! Tu mir eingefallen und bleib tot. Da stimme ich dir definitiv zu. Pfff, gesamte Scheize-Erwauche. Hu hu hu, jetzt sind wir wenigstens in der Dose. Auf gehts! Ach, erste Hilfe, gut. Immer gut, perfekt. So, also jetzt sind wir definitiv auch unseren Daddy kalt. Weil ich glaube, so wie Daddy aussieht, steht er nicht mehr auf. So, unseren Hundekopf haben wir denn jetzt eingesammelt? Muss man schon gucken. Jo, den haben wir. Genau, schmeiß die Motosäge an. Oh. Die Motosäge hätt man ja noch brauchen können. Ey, Junge. Aber du sagst immer effektiver wie eine Schrotflende. Haha. So, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir das erledigt. Und. Ja, kombinieren können wir jetzt da normalerweise nichts mehr, weil uns was fehlt. Aber da oben war ja eigentlich auch nichts mehr. Ja. Das heißt, jetzt können wir endlich zurück. Boah. Aber ich habe jetzt bloß die Befürchtung, weil nicht, dass unser Polizist der Hanna meint, der muss nur der Hanna eins auf die. Ja, sie treten hier. Jetzt machen wir zu. Ist immer, immer auf der Nummer sicher. Haha. So, jetzt. Jetzt haben wir das wenigstens auch. Und dann werde ich. Aber. Ja, und dann groß und ganz. Also jetzt. Jetzt nochmal wegen meinem PC zurück. Äh. Ja. Ich hoffe jetzt nochmal, dass es dann auch besser wird mit der Videoqualität. Weil mein jetzige PC, wo ich habe, der wird schon wirklich extrem belastet. Also. Wenn ich halt aufnehmen tue, da ist der auf fast 100% CPU Ausleistung. Und. Äh. Das ist halt nicht so. Das Beste. Und. Da werde ich jetzt dann einfach jetzt wirklich der nächste Mal gucken. Da muss ich mal dann auch auf jeden Fall mal schauen. Dann werde ich mal vielleicht auch mal gucken. Dass ich vielleicht dann auch ein kleines Video mache von meinem PC, wie ich den zusammenbaue. Mal gucken. Vielleicht kommt da auch eins. Und. Wo kommst denn jetzt du her? Und. Haja. Dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Videoschneider einfacher. weil wenn ich Videos mache oder schneiden tue habe ich da meistens immer das Problem meine ganzen Videos wo ich schneiden tue und bearbeiten tue und rendere die brauchen bis zu 4 Stunden zum renderen und das ist halt auf Dauer ist es halt auch nicht wahr irgendwann sich da der PC der geht da jetzt irgendwann in den Knie und dann habe ich gesagt jetzt reicht es es muss ein neue PC her und dann kommt da gleich was richtiges her ja und dann würde ich mal sagen dann machen wir hier jetzt mal für heute Schluss und dann setzen wir in der nächsten Folge den Hundekopf ein und dann gucken wir mal was raus so los ist und dann würde ich einfach mal sagen dann zieht man sich bis zur nächsten Folge und dann bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund und dann zieht man sich bis zur nächsten Folge und macht es gut ciao miteinander bis zur nächsten Folge Vielen Dank.